Hallo und willkommen. Das Spiel des dritten Tages der Europameisterschaft. Euro 2024 Tschechien, Türkei können Sie diesen Mittwoch, 26 Juni 2024, um 21 Uhr live verfolgen auf dem Kanal. Das erste, Freikanal, ServusTV und SRF2 Schweiz. Das Endergebnis wird nach Ende des Spiels in der Videobeschreibung hinzugefügt. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit und bis bald!